Guten Tag Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Redkill Pro und ja. Ich bin hier auf dem Spielplatz, wie ihr schon seht, mit der Schaukel und so. Und ja. Wenn ihr schon mal ein letztes Video gesehen habt, wie ich gesagt habe, sorry nochmal für drei Wochen wieder Verspätung. Ich hatte in den drei Wochen ein bisschen was zu tun in der Schule und so und musste mir ein Praktikum Platz suchen. Auf jeden Fall nochmal sorry dafür und ja. Ich will einfach nur euch mitnehmen. Ich bin nämlich gerade auf dem Spielplatz, wie ihr schon gesagt habt. Und ja, bei meiner Tante bin ich. Auf dem Spielplatz sind wir. Hier sind noch voll viele. Und ich zeige euch mal gleich ein paar. Also ich zeige euch nur die großen. Okay Leute, bis gleich. So Leute, hier ist noch ein Cousin von mir. Der heißt auf YouTube Joker2. Also findet ihr den auf YouTube. Und ja. Hab ich hier? Nee, wir gehen nicht. Wir gehen jetzt ein bisschen rumlaufen. Komm, wir laufen da rum. Wir laufen da rum. Wir laufen da rum. Ich lauf nicht zu dem. Nein, wir laufen von dir nicht zu dem, sondern wir laufen da rum. Ja, gut, okay. Also Leute, ähm. Ja, das war es jetzt schon mal mit dem Partspielplatz. Ich glaube, wir kommen aber nochmal, oder nicht? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, Leute. Ich mache mich nochmal für drei Wochen Video entschuldigen. Weil ich ja mit meiner Klasse auf Fahrt war für eine Woche. Und dann hatte ich danach Zeit mehr. Ein Berufscamp. Ein Berufscamp. Berufsorientierungscamp, Leute. Und ja. Sorry, Leute. Jetzt seht ihr mich besser. So. Sind die 200 Hunde dort? Einfach Leute, ich hier wohnen zwei Pferdehunde da. In diesem Haus. Und ja. Ach ja, hier habe ich noch einen YouTuber. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, nein. Ja, und wie heißt du auf YouTube? Smiley's Leon und Joker. Smiley's Leon was? Und Joker. Also, er heißt auf einem Account Smiley's Leon und auf dem zweiten Account Joker. Und da kommt noch ein YouTuberin. Wie heißt du auf YouTube? Und hier ist noch eine YouTuberin. Ich liebe dich gern. Sag, oder? Ja, ich habe zwei Kanalys. Ja, einen sagst du, wo du mehr Abos hast. Einmal Intro-Maker. Also, sie hat einmal Intro-Maker. Und 50. Was? 50? 50 RSB. Und 50 RSB, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir weiterlaufen. Leute, hier bin ich wieder mit meinem Kollegen. Also, äh. Wie war das? Anni. Oh, Mami. Auf jeden Fall, Leute. Also, wie ihr schon gehört habt, dass ich Videos produziert von Minecraft. So ein Bastard, das ist ein Foto. Also, von Minecraft. Welcher Bastard? So ein Bastard, Anni. Wie war das? Ach so, das war ich. Ja. Jetzt mach ich ja auch danach. So, Leute, wir laufen jetzt hoch zum Fußballplatz. Und ja, ähm. Wir sehen uns dann gleich. Ne, doch nicht. Ich nehme mich einfach mit. So langweilig. Ich hab dich anonym angerufen, aber ich wollte fragen, wo ihr alle seid. Ich hab mich allein in die Schule gelassen. Ich fang es bald an, zu reden, oder? Hier? Ne. Ne. Dann noch nicht mal. Wie sieht man Schäne? Soll ich sie machen uns besser sagen, Leute? Soll ich sie machen uns besser? Was geht noch? Ja. Ja, ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm, okay? Ja. Ich bin nicht dumm. Ja, Abschluss, bitte. Und der Fußballplatz hat zu, war er wieder klar. Hier ist der Schlussaufjahrts, Leute, von Magreiz. Warte, lass mal kurz sehen, mal schauen, ob er offen ist. Nein, ne? Ah doch, er ist offen, Leute. Lasst reinlaufen und Chilimili machen. Und Leute, wir sind jetzt schon drinnen im Fußballplatz. Hier ist so ein Sitzplatz da. Und da setzen wir uns mal gleich schöner. Alle, Leute, wenn ihr eine Challenge von uns zwei sehen wollt, einfach ein Abo da lassen und einen Daumen hoch. Bei wieviel Daumen hoch machen wir ein Video? Ab 10. Mit 10 Daumen hoch, Leute, machen wir ein Video. Mit 5, 5, mit 10 Daumen hoch machen wir ein Video. Ich hab 11. Ich hab... Ich hab... Ich weiß nicht. So, Leute, wir sind jetzt auf dem Fußballplatz. Also riesengroß ist der schon mal. Hier, du halt den Kopf weg. Ich hab' den Kopf weg. Ich hab' den Kopf weg. Du halt den Kopf weg. Ach so. Also... Groß ist er nicht? Ja. Ja, zwei Plätze. Wir haben was an einen mittleren Platz und einen... Ich hab' den Mittleren. Ja, die haben ja keinen Mittleren. Die haben hier noch so einen riesen Fußballplatz. Ich hab' den Spaß gemacht. Also, Leute, hier ist so ein riesen Fußballplatz. Nur zum Zaun. Und auf der anderen Seite ist da nochmal ein Fußballplatz. Nein, das ist ein normaler Fußballplatz. Bei uns ist ein riesiger Fußballplatz. Und ein Sandplatz. Und ein Mittelplatz. Und ein Mittelplatz. Für Kinder zum Trainieren und so. Auf den großen spielen die großen. Auf den kleinen spielen die kleinen. Auf den Sandplatz spielt jeder. Auf den Sandplatz spielt jeder. So, Leute, schön sieht's hier auf jeden Fall besser aus. Nee, bei uns sieht's besser aus, ne? Ja. Oh Gott, Leute. Ah ja, die umkerle Kabinen gibt's auch, oder? Also, Leute. Wir sehen uns dann gleich. Äh. Fußballplatz ist jetzt wirklich Fußballplatzplatz. Da ist die. Da ist die erste Hilfe. Da ist die erste Hilfe. Was ist denn da drin? Also, küsst ihn zum Sitzen. Überлушай Leut. Also, Leute. Wenn ihr eine Challenge sehen wollt, Lasst einmal 10 Daumen hoch sah. Tippt ein bisschen. Und ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Stress 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 Auch Therapie Fl MAX groot